Diskussion Sollten wir eine Vermögenssteuer einführen? Es gibt so viele Suchbereiche. Bildung Die gleichen Lebenschancen und die gleichen Perspektiven Zaunpoel, das bringt uns weiter. Kritische Reflexion Programmatik zu präzisieren, zuzuspitzen Meinungsaustausch Stimmungswechsel Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Was ich wirklich sehr bedauere ist, dass wir es uns abgewöhnt haben, noch eine gesellschaftliche, reale Utopie zu entwickeln? Welche Werte sind uns wichtig? Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Gerechtigkeit Die Frühlingswerkstatt der SPÖ Oberösterreich benennt wichtige Fragen und liefert Denkanstöße für die Zukunft Wie muss man reagieren? Diese Art von Solidarität, die müssen wir einfach wieder herstellen Expertenwissen trifft auf die Meinung der vielen Die Leute, die das zu, was sie produziert haben Hol dir Inputs zu aktuellen Themen in Workshops Abgeleitet aus der Kapitalismuskritik Was sind uns die vordringlichsten Anliegen? Verbringt drei Tage in entspannter Atmosphäre und vernetzt dich Entwickeln wir gemeinsam Positionen und Konzepte für eine bessere Gesellschaft Und ihr wollt es ja dann in der Gesellschaft gestalten und daher ist es entscheidend, dass der Prozess irgendwie weitergeht Komm und mach mit bei der Frühlingswerkstatt Alle Infos unter www.ooe.spoe.at Eine Aktion der SPÖ Oberösterreich mit dem Brenner Institut